An manchen Tagen liegt so eine Spannung überm Tal. Da weiß ich schon, bald ist es wieder so weit, bald knallt es und wieder. Haben Sie das Kleid gesichert? Der Kombi auf der linken Fahrspur. Hat kurz vergessen. Sekundenschlaf vielleicht. Der Körper fährt zwar weiter, doch die Gedanken driften ab. Das ist etwas Ungreifbares. Das ist ein Unfall, der so Tal getritt und seine Spuren auf den Körpern hinterlässt. Wie jede Wunde eine Spur, die man begreifen will. Wie einen Bruch oder Schnitt oder wie einen offenen Unterschenkelbruch setzt man den Unfall in die Geschichte seines Lebens, verdichtet auf kleinsten Raum verlegen und so die Dichte zu fliegen durchsicht. Die totale Dichtheit eines Augenblicks, der ewig wehrt, weil in ihm alle unsere Augenblicke zusammenfallen. Hören Sie das auch? Das Rauschen da im Hintergrund? Ich höre nur nichts. Nicht jeder kann es hören. Also man hört die Autobahn da schon. Ein Echo ist es. Vom ersten Unfall, der das alles erst erschaffen hat. Immer fragt, der seufzer Wau, immer Wau. Wau. Das war's. Ja. Das war's.